Kuba ist ein Inselstaat in der Karibik. Er grenzt im Nordwesten bzw. Norden an den Golf von Mexiko bzw. an den Atlantischen Ozean und im Süden an das Karibische Meer. Hauptstadt des Landes ist Havana. Landesname Kolumbus nannte die Insel bei ihrer Entdeckung zunächst Juana nach dem Prinzen Don Juan. 1515 ordnete dessen Vater Fernando II. König von Spanien die Umbenennung nach Fernandina an. Nach ihm war bisher nur eine Insel der Bahamas benannt. Der Name Kuba stammt wahrscheinlich aus der Sprache der Kariben oder der Taino. Die Wörter Kua und Bana bedeuten so viel wie großer Platz. Kolumbus schrieb er sei an einem Ort gelandet, den die indigenen Einheimischen Kubao, Kuben oder Saibao nannten. Diese bezogen sich offensichtlich auf eine Bergregion in der Nähe des Landungsortes im Osten Kubas. Der kubanische Schriftsteller und Etymologe Jose Juan Arom beschrieb 1964 folgende Wortherkunft. Demnach existiert in der Sprache der Arorvac der Begriff Kubaanakan bzw. Kubanakan, was so viel wie Land oder Provinz in der Mitte bedeutet. Damit sei quasi als gesichert anzunehmen, dass Kuba so viel wie Land oder Provinz in der Sprache der Einheimischen hieß. Geografie Übersicht Hauptartikel Der Archipel gehört zu den großen Entillen. Es besteht neben der gleichnamigen Hauptinsel Kuba, der größten der Karibik, aus der Isla de la Juventud und rund 4195 kleineren und kleinsten Inseln mit einer Gesamtfläche von 110.860 Quadratkilometer. Die maximale Ausdehnung der Hauptinsel beträgt von West nach Ost 1250 Kilometer. Die schmalzte Nord-Süd-Ausdehnung beträgt N und 30 Kilometer. Der Abstand zum amerikanischen Festland beträgt 154 Kilometer nach Ki-West und 210 Kilometer nach Yucatan. Da die Umrisse entfernt an ein Krokodil erinnern wird Kuba auch gern als der grüne Kaiman bezeichnet. Die kubanischen Feuchtwälder sind eine Ökoregion tropischer Regenwälder auf Kuba und der Isla de la Juventud. Der höchste Punkt ist der Pico-Türquino in der Sierra Maestra. Die Hauptstadt Havana ist mit ca. 2 Millionen Einwohnern die größte Stadt Kubas, gefolgt von Santiago de Cuba, Camagüey und Holgin. Im Südosten der Insel an der Guantanamo-Bucht befindet sich die Guantanamo-Baynaval-Base, ein Marinestützpunkt der US-Marine. Rechtsgrundlage ist ein Vertrag von 1934, dessen Gültigkeit zwischen Kuba und den USA strittig ist. Die Zeitzone Kubas ist UTC-5, während der Sommerzeit UTC-4. Das Klima ist tropisch und wird vom Nordostpassat geprägt. Es gibt eine trockenere Jahreszeit von November bis April und eine regnerische Jahreszeit von Mai bis Oktober. Kuba liegt im Einzugsgebiet von tropischen Wirbelstürmen, die sich jährlich von Juni bis November über dem Atlantik und in der Karibik bilden. Nicht selten trifft dabei ein schwerer Hurrikan kubanisches Festland und richtet schwere Verwüstungen an, welche das wirtschaftlich schwache Kuba besonders hart treffen. Insbesondere die meist in leichtbauweise errichteten Privathäuser sind den Staaten winden schutzlos ausgeliefert. Jedoch besitzt Kuba einen sehr gut funktionierenden Katastrophenschutz, so dass es im Gegensatz zu den Nachbarinseln selten zu einer größeren Anzahl von Todesfällen kommt. Die Hurrikansaison 2008 mit drei schweren Hurrikanen, die Kuba trafen, Gustav, Eick und Paloma war eine der schlimmsten Naturkatastrophen in den letzten 50 Jahren. Es wurden hunderttausende Wohnungen zerstört, die Infrastruktur stark beschädigt und große Teile der Ernten vernichtet. Die Gesamtschäden werden auf um die 10 Milliarden US-Dollar geschätzt. Rund 20 Prozent des kubanischen Bruttoinlandsproduktes von 2007. Sieben Menschen kamen ums Leben. Hauptartikel Provinzen Kubas Kuba ist seit der Verwaltungsreform von 1976 und ihrer im Januar 2011 in Kraft getretenen Novellierung in 15 Provinzen und das Sonderverwaltungsgebiet Isla de la Juventud unterteilt. Diese Provinzen sind mit Ausnahme des Municipios Especial Isla de la Juventud wiederum in insgesamt 168 Municipios untergliedert. Die in etwa einem Landkreis in Deutschland entsprechen. Meist sind sie nach der Stadt benannt, in der sich der Verwaltungssitz des Municipios befindet. Vor der Reform der Verwaltungsgliederung von 1976 gab es in Kuba sechs Provinzen. Pina de Rio, Havana und Matinsas im Westen sowie Las Villas Camagüey und Oriente in Zentral- und Ostkuba. Die danach entstandene Provinz La Habana wurde 2011 in die neuen Provinzen Atemisa und Melbeck wie aufgespalten. Die Neueinteilung der Provinzen war Teil einer Verwaltungsreform, welche auch eine klarere Arbeitsteilung der Poder Popular und eine Erweiterung der Kompetenzen der einzelnen Provinzen vorsieht. Außerdem sollte durch die Schaffung neuer regionaler Zentren das Zugehörigkeitsgefühl der dort lebenden Kubaner gestärkt und die Qualität der staatlichen Dienste effizienter gestaltet werden. Siehe auch Bevölkerung. Auf Kuba leben etwa 11,16 Millionen Menschen, davon über zwei Millionen in der Hauptstadt Tawana. Insgesamt leben 76,8 Prozent der Kubaner in städtischen Gebieten. Die Inselbevölkerung wuchs in der Vergangenheit kontinuierlich um eine Million Menschen je Jahrzehnt. Ursachen für das hohe Bevölkerungswachstum sind die hohe Lebenserwartung und die mit 4,9 Fällen je 1.000 Geburten geringe Kindersterblichkeit. Aufgrund zurückgehender Geburtenrate und Emigration hat sich die Bevölkerungsentwicklung inzwischen verlangsamt. Prognosen zufolge wird die Bevölkerung im Jahre 2015 leicht zurückgegangen sein auf etwa 11,2 Millionen Menschen, im Jahre 2025 auf etwa 11,1 Millionen. Der Anteil der über 6 0 J-Jährigen soll dann 26 Prozent der Gesamtbevölkerung betragen. Der sich abzeichnende demografische Wandel wird in Kuba deutlich langsamer einsetzen als beispielsweise in Deutschland, wo bereits heute knapp 26 Prozent der Bevölkerung 60 Jahre und älter sind. Den Angaben des letzten Zensus von 2012 zufolge beträgt die Bevölkerung 11.167.325 Menschen. Durch ein spanisches Gesetz das Laide Memorial Historica, von dem Kinder und Enkel von Flüchtlingen des Spanischen Bürgerkrieges profitieren, haben 150.000 bis 200.000 Kubaner das Anrecht auf die spanische Staatsbürgerschaft. Die kubanische Bevölkerung teilt sich laut Eigenangaben der beim Zensus 2012 befragten Personen wie folgt auf. 64,1 Prozent Weiße, 9,3 Prozent Schwarze, 26,6 Prozent Mulatten und Mästitzen. Auffällig sind dabei die großen regionalen Unterschiede. Während sich in den westlichen Provinzen durchschnittlich 70 zu 80 Prozent als Weiße bezeichnen, sind es in den östlichen Provinzen des Landes deutlich weniger. In Santiago de Cuba bezeichnen sich beispielsweise nur 25,6 Prozent der Einwohner als Weiße, 60 Prozent als Mulatte oder Mästitze und 14,4 Prozent als Schwarze. In Havana ergibt sich ein differenziertes Bild. Dort bezeichnen sich 58,4 Prozent als Weiße, 26,6 als Gemischt und 15,2 Prozent als Schwarze. Das präkolumbische Volk der Taino, das die Insel vor der Ankunft der Spanier besiedelte, ist ausgestorben. Hauptartikel, in Kuba wird Spanisch gesprochen. Jedoch weist die dort gesprochene Variante einige Besonderheiten zur in Spanien gesprochenen Hochsprache und auch zu den im übrigen Hispanoamerika gesprochenen spanischen Dialekten auf. Ein Großteil dieser Varietäten findet sich jedoch auch in anderen spanischsprachigen Ländern der Karibik, insbesondere in der Dominikanischen Republik Puerto Rico und den Karibikküsten von Kolumbien und Venezuela. Minderheitensprachen wie beispielsweise indianische Sprachen existieren praktisch nicht. Die grammatikalische Besonderheit, welche die Sprache mit dem übrigen Lateinamerika gemeinsam hat, ist die Nutzung von Ustedes als Drei-Person-Plural anstatt von Wussotros. Die Aussprache ist ähnlich den übrigen spanischsprachigen Ländern in der Karibik und hat ihre historischen Wurzeln wohl hauptsächlich in den Regionen Spaniens, aus denen die erste größere Einwanderungswelle stammte, nämlich den Kanaren und aus Südspanien, und zeichnet sich unter anderem durch den sogenannten Seseo aus. So werden die im Hochspanisch unterschiedlichen Laute, Teta und immer wie ausgesprochen. Das Verschlucken einiger Konsonanten, wie das am Silben- und Wortende sowie das D und B zwischen Vokalen ist ebenfalls typisch. Auch wird häufig statt R am Silbenende L ausgesprochen. Puerta gerät dann zu Pilta und Porfeva zu Pol Favol. Hauptartikel 1992 wurde Kuba durch Verfassungsänderung von einem atheistischen Staat zu einem säkularen, wodurch Gläubigen die Mitgliedschaft in der kommunistischen Partei ermöglicht wurde. Als Kubas Hauptreligionen gelten der Katholizismus und die Santeria eine Mirligion. Sie basiert auf der animistischen Religion der westafrikanischen Yoruba und ist stark mit christlichen Elementen vermischt. Als unpolitische und unorganisierte Form der Religionsausübung erhält die Santeria seit einigen Jahren eine staatliche Förderung. Schätzungen zufolge sind etwa 35% der Kubaner katholisch getauft, darunter auch viele Santeria-Anhänger. Nach Angaben des Vatikans seien 60% der Bevölkerung Katholiken. Schutzpatronen Kubas ist die Virgin de la Caridad del Cobre, die in der Santeria auch für die Göttin der Flüsse und der Liebe auch rund steht. Neben der katholischen Kirche sind in den letzten Jahren zahlreiche kubanisch-protestantische Gemeinden entstanden. Auch 89.000 Zeugen Jehovas werden inzwischen gezählt. Bereits seit 1492 gibt es das Judentum in Kuba. Etwa 1500 Kubaner zählen sich dazu. Geschichte Hauptartikel Kuba und die dort lebenden Arawak gerieten in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts unter spanische Kontrolle. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden die indigenen Völker durch Gewalt und Krankheit praktisch ausgerottet. Für den sehr arbeitsintensiven Zuckerrohranbau kauften sich die spanischen Pflanzer im 17. und 18. Jahrhundert 10.000 Sklaven, vorwiegend aus Westafrika. Die Kämpfe der Kolonie um Unabhängigkeit begannen 1868 und dauerten mit Unterbrechungen bis zum Abzug der Spanier im Jahr 1898 an. Als die USA intervenierten, im Zehnjährigen Krieg und im Kleinen Krieg um die Unabhängigkeit scheiterten die Kubaner noch. Am 10. Dezember 1898 erklärte Spanien im Friedensvertrag von Paris den Verzicht auf Kuba und die Philippinen. Zuvor kämpften der kubanische Nationalheld Josemati und die Oberbefehlshaber Maximo Gomez und Antonio Meizio im Unabhängigkeitskrieg seit 1895 mit. Einer sehr kleinen Armee gegenüber 200.000 Spanier Intervention der USA nach dem Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges besetzten die USA die Insel, bis sie schließlich 1902 die formale Unabhängigkeit erlangte. Die Souveränität war bis 1934 jedoch durch das Platement eingeschränkt, das den USA bei Beeinträchtigung US-amerikanischer Interessen ein jederzeitiges Interventionsrecht in Kuba gab. Ein Überrest dieser US-amerikanischen Sonderrechte ist der gegen den erklärten kubanischen Willen noch heute von den USA aufrechterhaltene Marine-Stützpunkt Bahia de Guantanamo, dessen Militärgefängnis infolge der Terroranschläge am 11. September 2001 internationale Bekanntheit erlangte. Hauptartikel Anfang 1959 stürzten die kubanischen Revolutionäre unter der Führung von Fidel und Raúl Castro, Camilo Cienfuegos und dem Argentinier Ernesto Guevara, genannt Chey. Den kubanischen Diktator folgen Theo Batista und errichteten ab 1961 einen sozialistischen Staat. Die damit verbundenen Enteignungen von US-Firmen und US-Bürgern führten zu einem dauerhaften Embargo der USA und weiterer westlicher Staaten gegen Kuba. Kuba suchte und fand Unterstützung bei den sozialistischen Staaten Osteuropas, insbesondere der damaligen Sowjetunion. Aufgrund der strategischen Lage Kubas eskalierte 1962 der Konflikt zwischen den USA und der UDSSR in der sogenannten Kuba-Krise. Noch heute leidet Kuba unter wirtschaftlichen Sanktionen und ist als eines von wenigen Ländern nicht Mitglied in supranationalen Bündnissen. In mehreren Flüchtlingswellen verließen tausende Kubaner ihre Heimat, von denen sich ein Großteil in Florida, insbesondere in Miami, ansiedelte. Hauptartikel Nach dem politischen und wirtschaftlichen Ende von Kubas wichtigsten Handelspartnern und Geldgebern zu Beginn der 1990er Jahre erlebte Kuba eine schwere Wirtschaftskrise, die 1993 ihren Höhepunkt erreichte. Hatte Kuba zuvor fast seine gesamte Zuckerernte in die sozialistischen Staaten Osteuropas verkauft und im Gegenzug zwei Drittel seiner Nahrungsmittel, fast das gesamte Öl und 80% seiner Maschinen und Ersatzteile von dort bezogen. So waren auf einmal 85% seines Außenhandels weggebrochen. Die Industrie und das Transportwesen kamen wegen Ölmangels zum Erliegen und infolge drastischer Nahrungsmittelrationierungen kam es erstmals seit vielen Jahren zur Unterernährung auf der Insel. 1992 beschloss die Regierung als Ersatz für den verlorengegangenen Außenhandel die Tourismusindustrie zu entwickeln. Unter der Führung von Carlos Lage wurde die Wirtschaft dezentralisiert und Marktwirtschaft und Devisenhandel in einigen Nischen zugelassen. Joint-Venture-Geschäfte im Bereich des Tourismus, die Zusammenarbeit mit neuen Außenwirtschaftspartnern, die Entdeckung von neuen Ölvorkommen und die Vermarktung der bedeutenden Nickel-Vorkommen trugen zur Stabilisierung der kubanischen Wirtschaft bei. Allerdings entstanden auch soziale Disparitäten. Nachdem durch die notwendig gewordene Wiedereingliederung Kubas in den karibischen Wirtschaftsraum ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung zu verzeichnen war, führten die Hurricanes von 2008, die sich zeitlich mit dem Höhepunkt der globalen Wirtschaftskrise überschnitten, zu einer erneuten Verschärfung der Krise. Die kubanische Bevölkerung spricht von ihr seitdem als der Segunda-Krisis-Delos 90. Nachdem die schon 2006 angekündigten Wirtschaftsreformen fünf Jahre später von der kubanischen Nationalversammlung als neue Leitlinien der Wirtschafts- und Sozialpolitik gebilligt worden sind, werden in Kuba Maßnahmen zur Erreichung eines stabilen Wachstums ergriffen. Im Jahr 2012 ist die Versorgungskrise aus den Jahren um 2008 überwunden. Die Atmosphäre ist laut dem Spiegel-Korrespondenten Jens Glüsing offener und entspannter, der wirtschaftliche Aufschwung sei überall zu spüren. Die inflationsbereinigten Gehälter erreichten 2011 jedoch weiterhin lediglich 51% des Wertes von 1989. Im Mai 2013 bestätigte der FAO-Generaldirektor Jose Graziano da Silva in einem Gespräch mit Raúl Castro, dass Kuba das 1996 beim Weltgipfel der FAO in Rom definierte Ziel der Halbierung der Zahl der unterernährten Personen vorzeitig erreicht habe. Kuba befindet sich unter den 16 Ländern, die weltweit bei der Bekämpfung des Hungers die größten Fortschritte vorzuweisen hätten. Kuba Hofstadt Kuba